Wenn dein Alltag dich durch dein Leben treibt, wird es Zeit, die Richtung zu ändern. Weil die besonderen Geschichten nur dort entstehen, wo die Seele frei atmen kann. Weil es die kleinen Dinge sind, die letztlich zu den größten zählen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!